So, einen bitteschönen guten Abend mein Lieber, auch willkommen zu meinem neuen Vlog. Und ähm ja, der Pär ist da, der Arne ist da, äh der Arne der ist nicht da, der ist der Tanne. Friera ist da und der Pär ist auch da, Simona der ist auch schon da und der Simona hat auch ein bisschen Heilschmerzen. Und ähm ja, wir waren viel unterwegs in Berlin und ähm ja, weil wir immer Salas gehen. Der wird wieder Salas sein, weil dann hast du es so lange, bis wir waren nicht so. Und dann werden wir, ja also ja, weil, weil wir vielleicht, wir gehen ja morgen Salas. Und da wird die Salas selber gemacht und was anderes gemacht. Und äh ja, da wird schickte Salas am Donnerstag. Da kommt meine Salas Spange, also danach sowas. Und dann, ja dann, ich gehe da auch schon los. Wenn ich jetzt wieder bei den Donnerstag komme. Bei den Donnerstag bin ich ja unterwegs, äh bei Grüne Woche in Berlin, also in der Messe. Und zwar die Grüne Woche ist ja die, die Grüne Woche ja in Berlin. Und da bin ich ja vielleicht, da bin ich ja am Donnerstag da. Und manchmal, wir machen irgendwann später ein Zuschauer- oder Fan-Treffel. Und die Salas wächst und wächst und wächst. Also wenn wir mehr Abonnenten bekommen, dass wir irgendwann später ein Fan-Treffel geplant werden. Und dass irgendwann später die Abonnenten wächst und wächst und wächst. Also, also schaffen wir es, dass wir die 200 Abonnenten-Special. Und äh ja, macht bitte bei den Vlogs mit. Mit Lego City Polizei das so, ne? Und da könnt ihr die Vlogs mitmachen. Schreibt euch in den Kommentaren, ob ihr die Vlogs so teilnehmen kann. Und dann könnt ihr die Vlogs so da gerne mitteilen. Da könnt ihr die Vlogs so teilnehmen. Und da seid ihr natürlich auch mit dabei. So und dann, ähm ja. Also, also abonnieren nicht vergessen. Und wenn du kein Abonnent bist, könnt ihr das gerne machen. Oder unten in der Infobox. Und das ist immer kostenlos. Und ihr bleibt immer up to date und aktiviert die Glocke. Und ähm ja. Und da könnt ihr die Vlogs so gerne mitmachen. Und abonnieren nicht vergessen. Und die Glocke aktiviert. Also Leute. Also nicht nur Videos anschauen, sondern abonnieren diesen Kanal. So, also liebe. Und zwar, ähm ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie so. Und zwar, dass ihr weiter unterwegs seid. Also, wir sind abends unterwegs. Und äh, Freitag weiß ich auch nicht. So, wir verabschlussend. Erstmal warst du mit Lukas. So was ist dir gefallen? Da gibts Daumen nach oben. Einen äußeren Gefallen. Macht Daumen nach unten. Und abonniere. Mein Kanal ist ja immer kostenlos. Und wir sehen uns dann, äh ja. Erst wieder bis morgen wieder. Und ähm ja. So. Ich wünschte euch eine schöne Gute Nacht. Wir sehen uns morgen. See you funny. Bis Already. Josef你 immer kennengen ще out. ить and Vielen Dank.